Ja, Mom und Leute, herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Übung macht den Meister erfolgreich abgeschlossen, Leute. Hier haben wir beim letzten Mal aufgehört und jetzt geht's direkt in die Mission. Mal schauen. Nicht schlecht, ja? Nicht schlecht. Jetzt kommen wir zum Geschäft. Okay, hat der Fixer dir irgendwelche Tipps gegeben? Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Na gut, okay. Warum habe ich sowas nur erwartet? Dann würde ich sagen, let's go, Leute. Machen wir uns an die Arbeit. Wir haben hier sonst nichts zu tun. Und dann schauen wir mal, dass wir hier hoffentlich... Folge Jacky, alles klar. Dann hoffe ich mal, dass wir hier... Oh, wie wir auch extra langsamer geworden sind. Ich liebe das, ja. Ich hasse das. Wenn du bei manchen Spielen ganz normal gehst, dann bist du zu langsam. Und der NPC stratzt dir einfach richtig davon. Und wenn du dann anfängst zu rennen, dann rennst du dann da und innen rein. Also, danke schön Spiel, dass du das hier aufentspannend machst. Soll ich drücken oder was? Wer tritt in den Aufzug? Ähm. Ich kann nicht drücken. Okay, alles klar. Hab nichts gesagt. Ach, der wurde jetzt gehackt. Okay. Na dann. Ziel heißt Sandra Dossett. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Beruhigt euch mal. Beruhigt euch, alle beide. Wir sind fast da. Ich kann jetzt keinen Stress gebrauchen, Leute. Konzentrier dich. So, sind wir mal gespannt. Sprich mit T-Bug. Alles klar. Das haben wir jetzt quasi fertig. Gut. Und dann folgen wir ihm wieder unauffällig. Er hat seine Waffen gezogen, Leute. Ich würde sagen, das machen wir dann mal auch. Oh, oh. Äh, nein, nein. Wir sind's nur. Bitte gehen Sie wieder rein. Es gibt hier nichts zu sehen. Wäre ich wieder hacken. Hacken habe ich doch gerade gelernt. Genau. Mit T-Bug und dann öffnen. Vier. Ach, guck mal. Jetzt habe ich oben auch diese Cyberdeck-Speicher. Aber das Hacken ist natürlich gar kein Problem für mich. Ab jetzt leise. Ja, okay. Ab jetzt leise, Leute. Folge Jackie. Drücke Tab, um interessante Objekte wie Beute verstecken. Ach, hier. Warte, ich start den. Wir sind zu spät. Ist sie das wie? Romantical Lime. Entschuldigung, hast du was gesagt? Ich check hier gerade... Okay. Ich check hier gerade meine Umgebung. Was kann man hier machen? Computer. Ablenkungsmanöver. Das wäre wahrscheinlich nicht so gut, weil er hier einfach im Raum steht. Moin. Bin ja schon da. Sandra Dossett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Okay. Wie hier hat nur Cetatel-Grepos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Oh, was haben wir da noch liegen? Suchen wir weiter. Notfälle auf Abruf. Lesbar. Neuer Splitter. Zufälle auf Abruf. Nachricht lesen. Wie kann das passieren? Also das sind quasi... Das sind quasi auch noch so Bücher. Ich denke mal, das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten. Ich kann das mal so durchscrollen. Dann könnt ihr notfalls euch das ja einmal pausieren. Aber ich glaube, das wäre... Wäre alles ein bisschen viel sonst, wenn ich jetzt hier jedes Buch mir durchlese. Bei Skyrim weiß ich noch, habe ich das mal angefangen, aber relativ schnell dann auch damit aufgehört. Bewegung. Okay. Warte. Dann ducke ich mich lieber. Na, okay. Ich weiß, aber mein Charakter... Ich kann da nichts für. Oh, okay. Schleich dich an den Rand. Okay, warte. Den können wir dann auch jetzt wieder so reinschubsen, ne? Mit einem... Genau. Zack. Mit einem Move. Aber... Ich weiß. Aber lass mich noch einmal hier scannen. Oh, was ist hier los? Ah, noch eine Leiche. Okay. Herzstillstand. Das ist natürlich... Bisschen ärgerlich. So, da haben wir aber noch was. Was liegt denn da? Warte, ich kann... Ich glaube, ich aufstehen. Medizinische Zange. Okay, ist einfach nur Junk. Am rechten Blutigerverband. Und noch ein medizinischer Verband. Alles klar. Leadout. Und hier haben wir Anwendung und... Cyberware. Anwendung und Nebenwirkungen. Ich weiß halt nicht, ob man... Ob man das lesen sollte. Oder ob das... Also, ob das wichtig ist fürs Game. Aber ich denke mal nicht. Die werden das bestimmt dann nochmal... Auf ganz entspannt einen... In dem Tutorial beibringen. Okay. So, oh. Was ist hier los? Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Warte, die kann ich markieren. Kein Problem. Bin hier irgendwo fest. Ach, ne. Ach, okay. Wenn ich auf jemanden ziele... Dann kann ich mich quasi... Stammt da hinten noch einer? Irgendwas wurde da hinten gerade noch gescannt. Ja, ja. Ich bin auf dem Weg. Okay. Warte und bleibe unbemerkt. Ab optional. Eigentlich sollen wir die Sandra finden. Egal. Kriegen wir schon hin. Warte und bleibe unbemerkt. Da kommen sie. Oh, okay. Weil wir uns planen die Sache. Hey. Mach ihn kalt. Aber leise. Welchen denn? Das sind zwei. Welchen? Bei mir links. Okay. Ja, ja. Ich weiß natürlich, was das bedeutet. Leute, gar kein Problem. Ich weiß, ob ich meine Waffe wieder wegstecken sollte. Aber aktuell funktioniert es ja noch. Er holt sich den. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich das richtig verstanden habe. Na ja. Hat er gemacht. Sehr gut. Dann, komm du mal mit. Ja, ja. Dann, ey. Hallo. Excuse me. Wollen wir die dann nicht lieber hier reintun, falls die Gegner kommen? Alles muss man selber machen. Ach, guck mal. Den kann ich noch looten. Item Komponenten. Kategorie 1. Drei Stück. Okay. Vielleicht kann ich damit meine Waffen verbessern oder so. Man weiß es nicht. Dann packen wir ihn auch noch hier rein. Ah, der ist voll. Äh, der ist schlecht. Dann legen wir ihn hier hin. Mit Puh. Hoffen wir mal, dass er da auch gut liegt. Ich weiß auch nicht, ob ich noch schleichen muss, ehrlich gesagt. Nimm den von T-Bug markierten Weg. Optional. Also hier sind 1, 2, okay, ich verstehe. Die wollen wahrscheinlich vermeiden. Wieso kann ich den jetzt nicht taggen? Den kann ich taggen. Ist der schon getaggt? Man weiß nicht. Oh Gott. Was war's für Sound? Okay, es scheint zu funktionieren. Ich glaube, ich hätte die aber auch alle silent-mäßig von hinten abmurksen können, oder? Lag da auch noch was? Ist das was? Nö. Ich würde auch gerne die ganzen Sachen hier in dem Raum mir noch holen. Naja, gut, okay. Wir nehmen den Weg, den T-Bug vorgeschlagen hat, Leute. Damit die Streitereien hier mal ein Ende haben. Ah, da erkennt mich sogar. Oh, hier. Stumpfe Skalpell. Da sehe ich mich. Kann ich wahrscheinlich auch nicht. Kartenspiel. Ein Spiel, das schon lange niemand mehr spielt. Alles klar. Muss Uno sein. So, den soll er jetzt ausschalten. Oh, er bewegt sich. Äh, hierher? Nein, nicht hierher. Oh, aber er ist mit dem Rücken. Er ist mit dem Rücken zu uns, Leute. Unsere Chance. Ich hoffe, dass der das nicht sieht. Müsste aber klar gehen. Und dann können wir den hier wieder auf Silent-Basis packen. Und dann... Machen wir den. Scheiße. Und zum Teufel ist unser Ziel. So, warte, aber er macht... Er macht die hier alle platt, ne? Aber die sind nur K.O., oder wie? E200, was ist das? Ein langes Zielfernrohr. Ja, das nehme ich mir doch. Ich habe keine Ahnung, was er mit denen gemacht hat. Aber es hat schon mal funktioniert. Irgendwas kann ich hier noch irgendwas looten und leveln. Das Radio, kann ich als Ablängungsmanöver. Was ist das hier? Ähm, Lautsprecher. Achso, die hätte ich wieder hacken können. Hast du auch noch was? Ein Copperhead. Kategorie 1, Powersturmgewehr. Das nehme ich doch. Da liegt auch noch eins. Achso, das ist auch so ein Copperhead. Habe ich aber scheinbar noch nicht. Habe ich denn irgendwie... Warte mal, habe ich auch I? Irgendwie... Ah ja, Inventar. Na, siehste wohl. Dann könnte ich doch hier jetzt theoretisch das Sturmgewehr auch ausrüsten, wa? Und dafür ist sogar der Aufsatz, den wir haben. Okay, nice. Zeig mal her den Laden. Okay, wildes Visier. Ich habe keine Ahnung, was genau das nachher anzeigen wird, aber hey, finden wir es heraus. Ähm, okay, finde Sandra. Dann, let's go. Der liegt hier auch irgendwie ein bisschen ungesund. Was ist mit seinem Bein passiert? War das meine Schuld? Ich hoffe nicht. Ablängungsmanöver kann ich hier wieder nur starten. Ah, das ist wieder Loot. Hier ist ganz schön viel Loot. Euro-Dollar, ja, die nehmen wir natürlich mit. Hatte er eigentlich noch irgendwas? Habe ich den gelootet? Ah, scheinbar ja. Oder da hat er nix. Ähm, der Tag, an dem der Tower fiel. Leute, ist natürlich auch wieder eine Nachricht. Ich scroll sie euch durch. Ihr kennt das Spielchen. Falls irgendwas so Wichtiges drin spielt, dann lasst es mich wissen, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Ha, haben wir direkt schon mal für Interaktion gesorgt. Hier haben wir noch doppelt gewebtes Bloody Piggy Cutout Tanktop. Alles klar. Ich werde nachher wieder komplett überladen sein, ey. Das ist immer so bei solchen Spielen. Ähm, macht es einen Unterschied? Welche sich davon... Nö, nicht so. Das ist einfach nur Wies Lieblings-T-Shirt. Ich könnte jetzt aber auch so einen Tanktop anziehen. Aber wir lassen... Ähm, wir lassen eben erstmal sein Lieblings-T-Shirt, Leute. Achso, Vergleich. Ah, mit Tab kann ich die Vergleiche anmachen. Aber gut, ist jetzt ja... Ist quasi identisch, von daher... Keine Rüstungswerte oder so. Wollen wir mal nicht so sein. Ähm, so, wo ist denn... Wo ist eigentlich mein Mate? Eben ist er noch da rumgerannt. Okay, wir sollen sie suchen. Da das die einzige Tür ist. Tipp ich mal. So eine verfickte Scheiße. Naja. Tipp ich mal. Das ist aber nicht sie. Ach, das ist sie. Das ist sie, ja. Ah, okay. Junge Frau. Hm. Geh du mal zur Seite, mein Freund. Ja, Leute. Und leider, leider, ne. Ich darf keine Bubis gönnen. Das wissen wir gleich. Schließ Ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Deswegen musste ich hier leider nochmal die... Nacktheit ausschalten. Biomonitor überprüfen, Leute. Let's go. Schließe an. Man kann sich einfach so an anderen Leuten anschließen. Interessant. Aber auch irgendwie wild. So, Sandra. NC 570442. Hey, so schnell kann ich das geil lesen. Scheiße. Wir hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Wir haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomob. Firmware, Reconfig oder einen Neurovirus. Karacho, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm. Also, Scorploucher-Hack. Was? Ich hab da ne Idee. Check den Neuropam. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomon stören. Äh. Ist das ungefährlich? Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keinen Rückzieher. Wir brauchen den Biomon intakt. Yes, okay, okay, ja. Ich zieh ihn raus. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomon. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Hab ich sowas auf? Nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt. Und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in drei Minuten hier. Dein Premiumplan hat 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Äh, Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Check, Augen auf. Das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, wie? Zieh dein Ding durch. Okay. Schon wild mit diesen ganzen Anschlüssen, ey. Oh, fuck. Herzstillstand. Wie? Sag mir, was da los ist. Äh. Jackie, erhypo. Fuck, das ist nicht gut. Hier, fang es, ey. Ha, musste ich keinen von meinen nutzen. Ha, easy. Ich glaub. Scheiße, es hat geklappt. Oder, Cabron, bringen sie nach draußen. Bringen sie nach draußen. Okay. Rette Sandra. Hab irgendwie ein bisschen Sorge, dass die gleich wieder denken, dass ich hier... Ich renne mal jetzt lieber nicht. Da ist noch Luke, glaub ich. Dass mir das gleich wieder hier angelastet wird, Leute, ey. Ich hier irgendwie... Gerate ich immer in so einen Scheiß. Warte auf das Traumateam. Traumateam raus, das haben wir. Oh, wild. Rettung, Abstand halten. Sicherheit, Fotokoll wird eingeleitet. Befolgen sie die Instruktion. Äh, okay. Behalten sie den markierten Bereich. Den markierten, alles klar. Junge, wie geil ist denn das? Behalten sie den markierten Bereich. Ja, mein ich doch. Achso, oh, das ist der... Achso, verstehe, ja. Ich hab nur den markierten Bereich gesehen. Excuse me. Warte mal, seid ihr... Patientin auf den Boden legen. Äh, ja, okay, mit Q, ne? Nicht mit Q, sondern hier hin. Okay, alles klar, alles klar. Fünf Schritte zurück, jetzt. So, aber seid ihr Sannis oder, äh? Was hätte ich hier machen können? Nix. Alles klar. Wild. Wild, wild, äh, liegt hier noch irgendwas von Interesse? Ja, aber vor allem, er schubst mich einfach weg, ey. Ich dachte, die sollen Leben retten und nicht noch irgendwie andere Leute nebenbei verletzen. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ja, warte mal, hier war aber noch Loot. Hier war kein Loot. Wir sehen uns mal. Das ist nur ein Stecker, offensichtlich. Hör zu, Mann. Okay, äh, was hat der Mann hier getan, Junge? Hm. Ich hab ein Date mit Misty und... Wie, der Wassertrainerin? Ich kann schlecht die Uber nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Warte mal, ist jetzt aber ein anderer... Ist das die gleiche Tür? Soll ich dich nach Hause fahren? Nee, okay, ich wollte schon sein. Ah, danke. Ich bin hundermüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Mach ich. Halt die T gedrückt, um auf das Telefonmenü zuzugreifen. Okay. Dann, Wakako Okada. Kein Bild? Vielleicht, wenn sie rangeht. Ah, ja. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Äh, ne, der eine sagt so, der andere so, ne? Relativ gut. Traumateam hat sie uns abgenommen. Sie kommt durch. Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Auch sofort. Näh. Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Wie, wir kommen später? Belohnung, hallo? Street Credibility. Okay. Verdammt, ich hab's vorhin noch gelobt. Und jetzt, guck mal. Na, jetzt setz dich auf den Beifahrersitz. Du fährst. Okay, äh, dann gehen wir hier rüber. Und dann rein mit uns. Oh, er ist direkt am Losstratzen hier. Fahr mit Jackie zurück. Gebiet ist hier unten auch noch feindlich. Interessant, ist einfach nur eine Garage. Neue Mission, der Auftrag. Mission verfolgen. Warte, bis der Bezirk nicht mehr abgeriegelt ist. Ja, warten soll der jetzt ja eigentlich kein Problem sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. Mal schauen. Oh, es regnet. Wie war das? Alle Legenden sind auf dem Friedhof. Ja, die Stadt sieht schon nice aus, ne? Kann man sagen, was man will. Ja, klar. Oh, stimmt. Der Van? Der da? Oh Gott. Ja, fahr doch mal ein bisschen. Fahr doch mal ein bisschen besser, mein Freund. Okay, ich hab die ja... Die sind ja neutralisiert. Wen soll ich denn da noch erschießen? Ach, den da. Okay, later. Oh Gott, aus dem Weg bitte. Bitte danke. Ach du Scheiße. Komm schon, fahr neben ihn. Ach, da kommt auch noch einer. Ja, ich bin auch dabei. Hallo, immer mit der Ruhe. Das ist mein erster Tag in Night City. Also quasi. Dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie... Ja, ja. Schon okay. Das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Jetzt die Mucke einfach wieder so richtig gechillt. Dumm. Tum. Tum. Äh, stand da nicht Roadclosed? Oh Gott, das gibt doch wieder Ärger. Äh, ist schon, also... Kann schon was, das Game, ne? Grafisch hier. Oh Leute, der Kali Express. Wird aber eigentlich mit K geschrieben. Oha, so ein krasser Mech hier. Moin. Watson ist bis auf weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Hm, sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich mein, ich versuche ihr, ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir ne Chance. Hm, ein guter Grund. Ich lass ihn mal machen. Lass sie durch. Aber Sie sind die Letzten. Oha. Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. Okay, fahr mit Jackie zurück. Im Sinne von, also zurück nach Hause. Denn hier werden wir nicht umdrehen. Sowas. Du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Äh, äh. Immer? Ich bin immer nie, nicht nett. Gut. Dann hoffe ich, gibt's da ja auch wieder ein schönes Chili, ne? Da ist ja schon, da freue ich mich schon drauf. Das wärmt einem das Herz hier mit dem Regenwetter und allem. Da sehe ich uns. Oh, was ist da schon wieder los? Oh, mein. Nein. Junge. Ähm. Gut. Mal schauen, wann wir uns mit denen anlegen müssen. Er fährt einfach hier drauf zu. Okay, Fahrten überspringen. Als Beifahrer kannst du, sofern gerade nichts Wichtiges passiert, F drücken, um die Fahrt zu überspringen. Alles klar. Aber ich glaube hier, da vorne waren wir, glaube ich, gerade schon, oder? Soll ich die Reise überspringen, Leute? Let's go. Es ist gerade so schön eigentlich gewesen, aber hey. Wenn das Spiel sagt, du darfst die Fahrt überspringen. Dann will ich mal nicht so sein und nehmen das Angebot dankend an. Da ist ja gar nichts los in der Garage. Naja, dann macht er immerhin nicht noch mehr Kratzer in meine Karre rein, wa? Dankeschön. Und dann mach du dir auch noch einen schönen Abend, Jackie, ne? Grüß dich von mir. Werde ich. Ayo Ego. Ayo Ego. Ayo Ego. Ayo Ego. Okay, geh nach Hause. Level up, Leute. Vorteilspunkte ein. Und da können wir mit Z unseren Charakter leveln. Genau. Hier. Ihr erinnert euch dran, Leute. Unsere Reflexe sind aber sowas von an top. Coolness natürlich auch gut gelevelt. Intelligenz. Ja, technische Fähigkeiten. Konstellation. Ne. Sprechen wir lieber nicht drüber. Und wir haben Level 2 erreicht. Das heißt, darf ich jetzt einen weiteren... Ach, jetzt geht's bis 20. Ah. Okay. Gut, warte mal. Wie war das jetzt nochmal genau? Die Reflexe bestimmen die Beweglichkeit, Fähigkeit, klinischen Angriffen auszuweichen. Also Sturmgewehre, Maschinenpistolen und Klingenwaffen. Und was war Coolness nochmal? Ach so, Präzision, Scharfschützen, Sonnegeschichten. Und Wurfwaffen. Gut. Ähm. Habe ich jetzt zwei Punkte? Oder bin ich Level... Also hier steht's ja auch. Ein verfügbarer Attributspunkt und ein verfügbarer Vorteilspunkt. Dann würde ich sagen... Ich geb nochmal was in die Reflexe rein, Leute. Oh. Oh. Verstehe. Okay. 6 von 9. Ja genau, das könnte ich jetzt hier... Ach so, er fordert... Ah. Um das hier zu machen, brauche ich schon 9. Warte mal, was kriege ich denn hier so geiles? Sturmgewehre, MPs. Hm. Ich meine... Ich finde ja auch eigentlich dieses Gemetzel geil mit so Klingenwaffen, ne? Das wäre dann eher hier blitzschnell. Also wir können ja eins von den beiden offensichtlich machen. Ist das auch der Attributspunkt, den ich dann rausballer? Also je schneller du dich bewegst, desto schwerer ist es für Gegner auf dich zu schießen. Der Effekt wird verbessert, wenn du stürmst, ausweichst, rutscht, sprintest oder springst. Und dann haben wir hier noch Stuntjog. Schaltet Nova neue Möglichkeiten frei, aus Fahrzeugen auszusteigen. Herausspringen. Zweimal schnell F drücken. Herausrutschen. Bei hoher Geschwindigkeit F gedrückt halten. Du kannst bei diesen Stunts deine Waffen ziehen und schießen. Beim Fahren kein Abzug wegen Streuung durch deine Bewegung. Oh, das ist auch nice. Minus 50% Streuung insgesamt. Okay, warte mal, was ist denn bei Coolness noch so drin? Straßenkampf ermöglicht es dir, Sandivistan zu benutzen, um beim Fahren die Zeit zu verlangsamen. Okay, das ist auch cool. Ermöglicht die Benutzung von Kerensikow beim gleichzeitigen Zielen und Ziehen der Handbremse. 25% Waffenschaden, wenn dein Fahrzeug driftet oder sich in der Luft befindet. Für den Coolheitsfaktor halt eben. Auf Katzenpfoten. Beim Ducken 15% Bewegungstempo und 15% Chance auf Schadensminderung. Schadensminderung verleiht eine gewisse Chance erlittenen Schaden, um die Höhe der Schadensminderung zu verringern. Standard Maze 50%. Das wäre natürlich auch nice. Und dann haben wir noch den Killer Instinct. 25% Schaden mit Messern, Äxten und schallgedämpften Feuerwaffen außerhalb des Kampfes. Ah, okay, wenn wir so sneaky jemanden uns wegsnibbeln. Außerdem wird dir eine Vorschau auf den vermutlichen Schaden angezeigt. Auch geil. Also ich finde das beides eigentlich cooler als dieser. Also ich würde sagen, wer weiß, was es hier noch so coole Sachen gibt. Aber ich würde erst mal mich so ein bisschen auf unsere Main-Attribute konzentrieren. Und dann würde ich bei Coolness jetzt tatsächlich auf Katzenpfoten mir gönnen. Und dann wäre die Frage, welchen Attributspunkt. Also das war jetzt scheinbar dann der Vorteilspunkt. Hier rechts seht ihr es. Und dann würde ich jetzt überlegen. Also hier brauchen wir nachher auch noch mehr. Was bekommt man denn hier noch so? Betrifft nur Wurfwaffen. Ey, so Wurfwaffen sind natürlich auch cool, ne? Ich meine, wir können natürlich auf Wurfwaffen und auf Messer, also auf Klingen gehen bei Reflexe hier. Da gibt es ja das hier nachher, wo es nur Klingenwaffen betrifft. Oh, guck mal, da kann ich sogar Schüsse nachher. Das wäre halt auch schon cool, ne? Keine Ahnung, Leute. Wollen wir so ein bisschen auf Messer und so weiter gehen? Ich meine, ganz ehrlich, so hier Maschinenpistolen, Sturmgewehre, das kann ja jeder, ne? Aber mit so richtig geil hier Blei und Stahl. Level 1, Ausdauerkosten für Angreifen mit Klingenwaffen niedriger. Und Level 2 schaltet das Blockieren von gegnischen Projektilen mit Klingenwaffen frei. Komme ich mir vor wie so ein Jedi, Leute. Wäre schon cool. Ja, pass auf, dann hauen wir die Reflexe hier nochmal ein hoch. Muss ich gedrückt lassen, ja, aber ich bin mir sicher, Leute. Und dann als nächstes vielleicht blitzschnell hier, zack, dann dahin. Obwohl ich auch nochmal gucken muss, was ich dann hier jetzt bei der Coolness. Gibt es jetzt auch noch diese Nebenfähigkeiten. 20% Chance auf Schadensminimierung nochmal, wenn ich aus der Deckung herausziele. Schadensminimierung, wenn ich mich ducke und mich nicht bewege. Wie so ein T-Rex, bleibe ich einfach stehen. Die Leute können mich nicht mehr richtig treffen. Und dann haben wir noch toter Winkel. Beim Ducken, je höher deine Chance auf Schadensminimierung, desto länger brauchen Gegner, um dich zu entdecken. Okay, alles klar. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns in meinem nächsten Mal an. Attribute haben wir auf jeden Fall verteilt. Und dann gehen wir wohl nach Hause. Ab in unser Apartment, Leute. Dann schauen wir doch mal. Ich will immer hochgucken. Ein Job von T-Bug. Die Aufgabe, die T-Bug dir gegeben hat, ist ein... Was? Die machen das einfach viel zu schnell. Achso, warte. Muss gleich hier drüben rein. Scheinbar. Waffe ziehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Leute da mir keinen Stress wollen. Moinsen. Was geht, Leute? Hallo, guten Tag, guten Tag. Kann ich's vielleicht hacken für die Ladies? Leider nicht. Okay. Wir gehen einfach rein. Ist ja nicht mein Problem. Ich mach die Tür auch lieber hinter mir zu. Later. Nicht, dass hier noch irgendjemand ungefragt reinkommt. Und dann, ähm... Oversubstance. Zeit für einen neuen Look. Geh zum Spiegel in Wies Apartment oder in einem Safehouse und wähle die Option Aussehen verändern. Du hast schon deine Lieblingsklamotten gefunden? Erstelle im Kleiderschrank in deinem Apartment Outfits, um das Aussehen deiner ausgerüsteten Kleidung jederzeit verändern zu können. Okay, alles klar. Aber, Leute, ganz ehrlich, schau mal hier. Wir sind doch... Wir sind doch ein hübscher Boy, oder? Ich würde sagen, das kann man so auf jeden Fall lassen. Ja, ja. Gesichtsausdruck verändern? Nein, Leute. Wir sind halt, wie wir sind. Machst du nix? Und so bleiben wir auch erstmal... Wir behalten auch erstmal unser Lieblingsshirt an. Wenn wir irgendwann mal einen coolen eigenen Style entwickeln. Oh, ich kann sogar duschen, Leute. Let's go. Äh, ich glaube, ich hab mein T-Shirt nicht ausgezogen. Verdammt, das passiert immer wieder. Wo ist die Orange eigentlich? Äh, äh... Muss ich mir... Vielleicht muss ich mir nochmal eine Orange kaufen. Okay, wir sollen eigentlich ins Bettchen gehen. Das ist da. Aber ich will mal einmal gucken, was hier drüben noch so los ist. Kann ich noch nicht. Okay, dann... Würde ich sagen... Hauen wir uns hin, Leute. Gute Nacht. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Dann beende ich an der Stelle nämlich auch die Folge für heute. Ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Kommentar oder ein Like. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann lasst doch auch gerne ein Abo da. Ich sag einfach mal... Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.